Hallo und herzlich willkommen Leute zu diesem kleinen Vlog heute. Was ich zuerst mal sagen möchte ist, ihr seht jetzt wahrscheinlich ein paar Eindrücke, wie ich mit dem Wum Wum Auto gefahren bin. Und genau, dann wahrscheinlich noch einen kurzen Ausschnitt, denn wir waren im Kino und haben uns Fuck You Goethe 2 angeschaut. Angeguckt so. Schönen guten Tag, liebe Höhemenschen da draußen. Und zwar, wir sind gerade in der Pause von Fuck You Goethe. Und zwar gucken wir uns heute das Double Future an. Habe ich ja schon in einem Video erwähnt und jetzt haben wir 23 Uhr 39. Der Film beginnt in 20 Minuten. Wir haben uns jetzt erstmal den ersten Teil angeguckt. Ich habe den, glaube ich, nur einmal gesehen und fand den jetzt wieder mega mega witzig. Jetzt geht es auch schon zum zweiten Teil dann um 0 Uhr. Eins muss ich kritisieren an dem Tag heute. Die Unfreundlichkeit von manchen Menschen. Wir sind ins Klo reingegangen und haben mal kurz so gesagt, Also ich zu meinem Bruder, boah, Alter, hier stinkt es. So, wie wenn jemand auf den Boden geschissen hätte. Und dann kommt halt so ein Typ raus und sagt so, Yo, habt ihr was dagegen, wenn hier geschissen wird? Habt ihr das verstanden? Sonst gibt es Probleme oder irgendwie sowas? Das dachte ich mir so, what the fuck, komm mal ne, bisschen runter. Wir haben nur gesagt, dass es hier nach Scheiße stinkt, wie sonst was. Schlimmer als auf dem Kuhhaufen oder sonst was. Generell finde ich die Hygiene im Kloß richtig schlimm. In der öffentlichen Kloß. Ich bin dann auch nicht aufs Klo gegangen oder so, weil ich kann dann irgendwie nicht aufs Klo gehen. Keine Ahnung, ist ja bei mir so, ne. Und auf jeden Fall, ich freue mich jetzt sehr auf die Fortsetzung. Ich versuche ein bisschen was im Kino zu filmen. Also halt nicht den Film, aber halt den Kinosaal oder so, wenn euch das interessiert. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir später wieder. Ciao, ciao, ciao. Ist, glaube ich, besser. Ich muss sagen, geiler, geiler Film. Wird auf jeden Fall noch eine Review dazu kommen. Und Leute, ich habe es heute leider nicht mehr geschafft, ein Video zu machen. Wir haben jetzt 20.29 Uhr. Ich schaffe es nicht mehr, weil wir waren heute in der Therme und so weiter. Und deswegen, ich habe aber ein bisschen gefilmt, weil ich jetzt ja auf Auto fahren darf. Ich habe zwar noch keinen Führerschein, aber ich habe dieses Lernübungsschild bekommen. Damit darf ich innerhalb von Österreich mit meiner Begleitperson, die über 18 Jahre ist und seit 7 Jahren einen Führerschein hat, fahren. All is well tonight, though we had our ups and downs. I felt this way for a long, long time now. But soon, everything will come, crashing down. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020